In echt bin ich Judith Nuthammer und im Film spiele ich Dursula. Dursula ist eigentlich eher zurückhaltend, aber trotzdem eine emanzipierte Frau. Sie ist etwas enttäuscht, weil sie eine glückliche Beziehung hinter sich hat. Sie ist vielleicht schon noch seltsam. Ich habe sehr gerne Geissen. Sie sind sehr intelligent, neugierig und frech. Sie sind sehr gerne.